Hört auf zu beleidigen, sonst gehe ich offline. 42.000 Zuschauer? Oh mein... Stell dir vor, du gehst jeden Tag live, um kleine Kinder zu ziehen. Jetzt zittast du, jetzt zittast du. Zittanisch. Stell dir vor, du rasierst dir eine Glatze, wo du es machst. Jetzt zittast du. Ich hab gesagt, stell dir vor. Zittanisch, leysnack.